So, Julius, los geht's. Was würden deine Freunde über dich sagen? Die sagen, das ist ein guter Junge. Das würden die sagen. Alle. Also wir sprechen ja mit denen. Bin ich kein Freund von dir oder was? Die, die, die noch mit mir zu tun haben. Was sind die schlechten Eigenschaften deines Partners? Ist ganz klar, das ist dein Rückengurt. Dieses fiese Ding, was mich vier Jahre begleitet hat in unserem Hotelzimmer. Wo sind wir? Oh, googelst du dich manchmal selber? Klar, jeden Morgen gebe ich ein, Julius Brink, Olympia-Finale, letzter Ball. Wenn es mir mal so richtig schlecht geht. Aber nicht vorletzter. Nee, drittletzter. Nee, die, die, nee, wenn ich dann wirklich wieder denke, ich bin der Größte auf diesem Planeten, dann gebe ich vor, letzter Ball ein, um mich wieder runterzuholen.